Hallo, herzlich willkommen hier auf Dorf's Island. Ich habe dir jetzt wieder was überlegt. Wir wollen jetzt den Ingwer machen, bzw. wenn ihr Ingwer machen wollt, dann müsst ihr so kleine Vorarbeiten schon vorher machen. Und die habe ich gemacht und das gucken wir uns an. Ich habe hier einen Ingwer genommen, den habe ich hier im Tücher erstmal hier so ein kleines Treibhaus quasi gebaut, damit er ein bisschen schwitzen kann. Dann habe ich das alles feucht gemacht und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schöne Ingwer-Rizomen genommen. Die laufen auch alle wunderbar auf. Das könnt ihr sehen, oder könnt ihr auch vielleicht nicht sehen. Ja, kommt nochmal ein bisschen ran hier. Also das sind alles schöne Ingwer-Rizomen. Die haben alle hier ein hübsches Auge. Und die lassen wir hier weiter schwitzen und austreiben. Das habe ich jetzt vor zwei Wochen gemacht und das wird wahrscheinlich noch weitere zwei Wochen gehen. Dann werden die eingetopft, das gucken wir uns auch alle später an. Aber wenn ihr das machen wollt mit dem Ingwer, dann müsst ihr solche kleinen Tätigkeiten hier schon vorbereitet haben und laufen lassen. Und bei uns läuft das jetzt wieder auf Docs Island. Also wenn euch das kleine Video hier gefallen hat, gebt uns doch einfach einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und dann gucken wir uns auch an, was hier die nächsten Tage noch läuft. Danke. Hi, ich bin's wieder, der Doc hier. Und schön, dass ihr weiterschaut hier, dass ihr so lange dran geblieben seid. Es geht hier um den Ingwer. Und ihr müsst den immer mal belüften, wenn ihr den hier in so einem kleinen Mini-Treibhaus habt. Und es sieht jetzt nicht mal so schön aus. Wir wechseln auch gleich hier direkt die ganzen Sachen hier. Die alten Lappen, die ich reingelegt habe, die wechseln wir. Aber wir gucken uns den Ingwer einfach mal an. Der treibt ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die feinen Wurzeln, die sich dort, dort und dort sich jetzt entwickelt haben. Es wird leider die nächsten Tage etwas kalt. Deswegen werde ich den einfach noch mal eine weitere Woche oder anderthalb, so lange wie es geht, hier noch mal weiter kultivieren. Ja, da hat sich noch nichts getan. Ist noch kein Auge raus. Ist aber auch noch nicht matschig. Das ist auch immer wichtig. Hier sieht man das zum Beispiel jetzt. Der Schimmel, der kommt gleich mit raus. Und man sollte die immer schon mal ein bisschen kontrollieren auch. Die anderen sehen alle gut aus. Die treiben hier auch alle aus. Sehr schön. Da weiß ich nicht, ob der was wird. Schimmel hat sich da noch nicht angesetzt. Wir warten einfach mal ab. Ich packe den nochmal mit rein. So, und da habe ich jetzt hier was vorbereitet. Das war, zack, eine neue, neue, neue Plastikbrecher, wollte ich mal sagen. Eine neue Wanne hier quasi. Ein kleines Mini-Treibhaus. Bauen wir uns da wieder drauf. Und da kommt dann bei mir immer unten hier so eine Serviette. Unbedruckte Serviette. Kommt dann bei mir da immer unten rein. Als Bettchen. Wird ein bisschen angefeuchtet. Ich mache mal das mit Wasser eben hier schnell. Wird ein bisschen angefeuchtet. Auch nicht zu kalt, das Wasser. Denn das sind ja hier schon fast die Jungpflanzen. Wir wollen die ja nicht erschrecken, die Kleinen. Ich glaube, hier kann man... Halt mal meinen Finger da drunter. Dann sieht man das vielleicht. Die Wurzel kann man dann vielleicht besser sehen. Die kommen hier wieder alle rein. Schön ausgetrieben. Wie gesagt, das war ein Ingvarizom, war das. Und da machen wir doch wahrscheinlich acht Stück draus oder was. ne? Ich packe den einen, der noch nicht ausgetrieben hat. Den packe ich auch noch wieder mit rein. Vielleicht kommt er ja nochmal. So, und dann nehme ich wieder so eine Serviette. Decke ich ihn damit zu. Da nehme ich kein Wasser einfach drauf wieder. Und das sollte es dann vorerst mal wieder gewesen sein. Und wichtig ist natürlich, dass das wieder ab in die Tüte reinkommt hier. Und dann wird das einfach weiterhin einmal am Tag belüftet. Ein bisschen kontrolliert, ob der andere, der ich dann jetzt wieder reingepackt habe, ob der jetzt nochmal kommt oder ob der schimmelt. Muss man dann halt nochmal gucken. Also ich habe da nichts gesehen. Und ich werde einfach nochmal abwarten. So, ich danke fürs Zuschauen soweit. Und wir sehen uns dann wohl die nächsten Tage, wenn es dann weitergeht. Beziehungsweise im nächsten Video. Ist ja ein Zusammenschnitt. Danke soweit fürs Zuschauen. Danke. Danke.